Hi, ich bin Niki, 19 Jahre alt, komme aus dem schönen Bayern und wohne in Landsberg am Lech. Ich habe mich bei Trachten24 EU beworben, weil ich unbedingt mal bei dem Shooting dabei sein will und ich dabei ein Dirndl tragen kann. Dirndl ist für mich einfach das schönste Kleidungsstück, was eine Frau besitzen kann. Und dabei ist es egal, ob sie dick, dünn, groß oder klein ist, weil in einem Dirndl sieht jede Frau super aus. Und jetzt seht ihr mich im Dirndl. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr da gesehen habt. Und wenn ja, einfach den Like-Button drücken und mir mit ein bisschen Glück dabei helfen, euer Allbock-Mädel 2013 zu werden. Servus! 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 Vielen Dank.